Hallo, hallo, meine Liebe. So schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich sehr. Und an dieser Stelle tatsächlich einfach auch mal wirklich ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, dass du diesen Podcast hörst. Vielleicht hast du ja auch schon irgendwo eine Bewertung dagelassen oder jemand den Podcast empfohlen oder auf Instagram was geschrieben, egal wie. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, dass ich mich darüber unglaublich freue und dass das auch wirklich wertvoll für mich ist, weil es einfach so schön ist, wenn man, ja, weißt du, wenn man hier so sitzt und das selber irgendwie alles rausgibt und da selber viel Liebe und Zeit reinsteckt und einfach auch Herzblut in dem, was man mitteilen möchte, wenn man dann, ja, wenn einfach Resonanz kommt, weißt du, wenn man eine Nachricht bekommt oder sieht, dass jemand eine Bewertung geschrieben hat. Ich freue mich da wirklich jedes Mal sehr drüber. Also an dieser Stelle nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ganz schön. Und ja, ich hoffe, dass diese Folge dich tatsächlich auch wieder inspiriert. Es wird eine kürzere Folge. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal immer gesagt, ja, ja, heute wird es eine kürzere Folge und dann war es doch nicht so kurz, aber bei dieser hatte ich in der Tat das Gefühl, sie wird ein bisschen kurz oder ein bisschen kürzer, weil ich dir tatsächlich eigentlich nur einen relevanten Impuls mitgeben möchte und zwar eine Sache, die mich in den letzten zwei Wochen, ja, ungefähr den letzten zwei Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger, sehr beschäftigt hat und wo mir immer mal wieder Sachen auch über den Weg gelaufen sind und sich das, weißt du, wie so ein Mosaik tatsächlich irgendwann geformt hat zu einer neuen Erkenntnis. Und tatsächlich geht es dabei um diesen Prozess des Loslassens, des sich dem Fluss des Lebens hingeben. Und ja, insofern würde ich sagen, fangen wir damit auch einfach, starten wir direkt mit der Folge. Genau, also dieses Experiment, genau, ich hatte das, glaube ich, ja in einer der letzten Folgen eben auch dieses Buch Experiment Hingabe, vielleicht war das auch einfach der Anstoß, aber nennen wir es mal jetzt gar nicht Hingabe, sondern vielleicht einfach so ein Stück weit loslassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du jetzt irgendwie so in dich reinhorchst und mal rein spürst, wie es dir so geht mit allem, was du machst, zum Beispiel in deinem Business, wie sehr du dich wahrscheinlich, ja, einfach anstrengst, es gut zu machen, wie sehr du dich bemühst, viele Bälle in der Luft zu halten, wie sehr du ja einfach auch bestrebt daran bist, sozusagen eben viel validen Content zu liefern und dann hast du vielleicht irgendwie eine tolle Webseite oder bist dabei und vielleicht hast du auch selber einen Podcast oder startest den gerade und hast ein Newsletter oder auch nicht, aber postest auf Instagram oder Social Media generell. Also bist du wahrscheinlich prinzipiell schon dabei, sehr aktiv zu sein mit dem, was du tust, mit dem, was du nach draußen bringen willst und alles natürlich auch in dem Bestreben, dass alles das, was du tust, dann einen Wert für dich kreiert. Also am Ende glückliche Kunden, Geld, mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit und einfach das, dass dein Business dir eine neue Art des Lebens ermöglicht. Und jetzt darfst du ja mal kurz irgendwie da so in dich rein spüren, wie oft du dir vielleicht irgendwie so ein Stück weit wünschst, loslassen zu können, mal sozusagen durchzuatmen. Und ich kann jetzt gerade schon, weil dieses Thema gerade so präsent ist und weil es auch bei meinen Kunden tatsächlich präsent war in den letzten Wochen, ich kann jetzt schon die Enge wieder in meinem Brustkorb spüren. Dieses, wenn dann da so viel Druck auf dir lastet, dass du, dass du dieser Performance-Druck am Ende. Und dann ist es auch egal, ob wir jetzt sagen, wir sind in der, wir sind irgendwie total personal developed in der Coaching-Branche und wir können das alles total reflektieren und wir sind irgendwie immer gut gelaunt und wir, wir können das alles analysieren und wir können uns dissoziieren, damit wir dann auf uns drauf gucken. La, 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 la. Wenn du das jetzt einfach mal weglässt und einfach nur mal in dich rein spürst, wie viel Druck da trotzdem vielleicht wieder ist, wie viel Leistungsdruck eben, wie viel Umsetzungsdruck, wie viel Performance-Druck, wie viel, ja, wie viel To-Do-Liste am Ende du jetzt auch mit deinem Business mit dir rumträgst und dem, was du irgendwie leisten willst, in der Annahme, dass dieses ganze Leisten, ich muss wirklich schon durcharbeiten, dieses ganze Leisten dir dann eben die Ergebnisse bringt, die du gerne haben möchtest. Also Kunden, Geld, Freiheit, Flexibilität, Glück, Erfüllung am Ende, weil hinter allem steht ja ein Gefühl, hinter allem steht ja irgendwas, dir geht es ja nicht darum, dass du eine Zahl auf deinem Konto siehst, sondern du, diese Zahl, die du da im Kopf hast, die gibt dir ja irgendwie ein bestimmtes Gefühl, ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Glück, ein Gefühl von, ich habe es geschafft, von Stolz, von Freiheit und so weiter. Also das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber es geht ja immer um das Gefühl dahinter oder die Bewertung, die du dann darauf hast. Und die Bewertung gibt dir dann ein Gefühl, weil der Geldschein an sich ist irgendwie auch nur Papier, aber der Wert dahinter, den du ihm dann gibst, dieses von wegen, das ist jetzt viel, dann fühle ich mich reich, dann habe ich es geschafft, dann bin ich stolz, dann bin ich erfolgreich, das meine ich. Genau, aber das ist jetzt sozusagen der Nebenschwenk, dass du da nochmal reingehst, was das dann für dich eigentlich für ein Gefühl kreieren soll und wie du dieses Gefühl vielleicht im Hier und Jetzt schon leben kannst, weil Magic Trick, dann kommt es tatsächlich leichter. Aber dieser ganze Umsetzungsdruck, der da ist und wie sehr da vielleicht manchmal in dir diese gestille und leise Sehnsucht ist nach Mann, was wäre das schön, wenn ich einfach mal loslassen könnte, wenn ich einfach quasi mich hingebe, wenn ich ein bisschen mehr Vertrauen habe, wenn es einfach alles fließt und wenn ich nicht ständig das Gefühl habe, mehr machen zu müssen, mehr initiieren zu müssen, mehr leisten zu müssen. Und das, was ich tatsächlich irgendwie so augenöffnend fand in den letzten Wochen und was mir einfach nochmal so bewusst geworden ist, auch wenn ich irgendwie meine eigene Reise angucke, ist auf den Punkt gebracht worden durch ein Zitat, was ich tatsächlich bei Gabby Bernstein gesehen habe. Die hat ja auch mehrere Bücher geschrieben und die hatte irgendwie sowas, wo ich glaube, es war eine Karte und diese Karte war To begin the practice of allowing, I must get out of the way and let Spirit give me direction. Und es ist jetzt egal, wie du Spirit definierst und ich meine das jetzt auch nicht unbedingt christlich oder kirchlich oder, also du kannst es genau so nehmen, wie es, du kannst statt Spirit nehmen, Universum, dein Higher Self, was auch immer mit dir am besten in Resonanz geht. Aber der Kern dieser Aussage und das, worum es geht, ist, damit du überhaupt ankommen kannst in diesem Loslassen, in diesem Geführtwerden, in diesem, dass sich alles Stück für Stück entwickelt und dass es sich dann auch leichter anfühlt und irgendwie vielleicht auch wirklich glücklicher und erfüllter in dem Moment und nicht erst, wenn du dein Ziel erreicht hast, dafür darfst du überhaupt erst mal aus dem Weg gehen. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass du sozusagen aufhörst, quasi diese Art und Weise an den Tag zu legen, wo du dir in deinem kleinen Kopf irgendwas überlegst, wie du zu deinem Ziel kommst und wie es zu laufen hat und wie es vermutlich am erfolgreichsten ist und wie es alle anderen machen und wie Erfolg nun mal funktioniert oder was wir nicht alles gelernt haben. Weil das hält dich sozusagen fest, das ist dieses Krampfige, das ist dieses Verbissene, das ist dieses Festhalten an dem Alten, Festhalten an dem, was die Logik, der Verstand oder die auch irgendwie einfach die Gesellschaft erzählt, wie es funktioniert, wie angeblich der Weg ist, der dann für alle funktioniert. Und von diesen Wegen gibt es ja irgendwie ganz unterschiedliche, je nachdem, wem du halt zuhörst und wer was wo wie propagiert. Und das, was ich dir aber sagen möchte, ist, dass all das ist sozusagen ein Festhalten an einem vermeintlich sicheren Weg, der dich daran hindert, dass du auf deinen Weg kommst und dass es sich für dich gut anfühlt. Und vielleicht fragst du, kannst du dich auch gerade mal fragen, wie oft du zum Beispiel nach irgendwelchen Zeichen fragst, weil du gerne das Gefühl haben möchtest, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist jetzt das, was ich machen sollte. Soll ich jetzt das und das buchen? Soll ich das und das machen? Ist die und die Person richtig für mich oder nicht? Und dann fragst du nach Zeichen. Und nach Zeichen fragst du nur, weil du noch nicht an dem Punkt bist, wo du dir und deiner inneren Guidance komplett vertraust. Weil du was hast, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt den und den Weg einschlage, wenn ich jetzt das und das buche, wenn ich jetzt die und die Reise mache, dann brauche ich sozusagen im Außen eine Bestätigung, dass das das Richtige ist. Und am Ende geht es einfach darum, dass Allowing ist, dass du einfach zu 150 Prozent akzeptierst, dass du dieses Guidance System in dir trägst. Dass deine Gefühle, deine Intuition, dein Bauchgefühl, deine Ahnung, dein, wo du dich hingezogen fühlst oder wovon du dich auch irgendwie, du musst dich noch nicht mal abgestoßen fühlen, aber vielleicht irgendwas, was einfach nicht mit dir in Resonanz geht, dass du das dann einfach lässt. Und lass mich das jetzt irgendwie sozusagen mal ein bisschen konkreter machen, damit du verstehst, was ich meine. Also nehmen wir mal an, du bist Business Owner und jetzt läuft dir irgendwie ein Training über den Weg, wie du super verkaufen lernen kannst. Und dann wird das sozusagen propagiert als Weg zum Erfolg. Klar, dein Business braucht Kunden und braucht irgendwie Geld und ansonsten ist es ehrlicherweise nur ein Hobby und mit der Kunst des Verkaufens kannst du tatsächlich Kunden generieren und dann wird dein Business super erfolgreich, du wirst super erfolgreich und alles ist irgendwie so, wie du es dir vorstellst. So, und dann guckst du dir irgendwie dieses Programm an und nichts davon geht aber so richtig mit dir in Resonanz. Da ist kein Kribbeln, da ist keine Vorfreude, da ist kein, ich finde das sympathisch, ich finde die Menschen sympathisch, die das machen, ich finde den Auftritt sympathisch, ich finde die Webseite sympathisch, sondern es ist eher alles komplett neutral. Und deswegen meinte ich, es muss noch nicht mal so sein, dass du irgendwie so richtig denkst, so, das finde ich jetzt aber wirklich abstoßend, sondern es reicht schon, wenn es einfach nicht mit dir in Resonanz geht, wenn es dich nicht anzieht. Und dann fragst du vielleicht da auch, mach Zeichen, irgendwie soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen, ne, 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 ne. Und dann machst du vielleicht irgendwie, entweder machst du es dann und buchst es, weil du sozusagen ein Zeichen vorher wolltest, weil das meinetwegen ein Investment ist, wo du dir so ein bisschen unsicher bist. Und am Ende ist es dann aber vielleicht, stellt es sich irgendwie als falsch raus. Oder du buchst es dann und es führt irgendwie nicht zum gewünschten Erfolg und du bist irgendwie total frustriert und fragst dich dann, ach, warum funktioniert es denn angeblich für alle anderen und für mich irgendwie nicht und was habe ich denn schon wieder falsch gemacht und es liegt irgendwie an mir und keine Ahnung was. Und das, worum es aber eigentlich geht, ist, dass du sozusagen the art of allowing oder dieses Loslassen heißt, dass du in dem Moment loslässt von dieser Kopfgeschichte, dass das jetzt der Weg zum Erfolg ist. Dass du aufhörst, sozusagen dem zu glauben, okay, mit dem logischen Verstand ist es ja schön zu greifen, ich brauche also Verkaufstraining, dann habe ich mehr Kunden, dann habe ich mehr Geld, dann wird alles so, wie ich mir das vorstelle. Sondern einfach im Sinne von allowing lernst, dass du deinem Bauchgefühl vertraust und dass dieses Bauchgefühl dann mit einer Leichtigkeit und mit einer Sicherheit dich dahin führen wird, wie es für dich vielleicht der einfachste Weg ist. Und dann ist es vielleicht nicht das Verkaufstraining, sondern dann ist das vielleicht irgendwie ein Fotoshooting, auf das du total Bock hast, wo es dich mega hinzieht, wo du richtig kribbeln hast, wo du Ausdehnung verspürst, Aufregung verspürst. Und dieses Shooting wird dann irgendwie einen Klick in deinem Kopf machen oder in deinem System machen oder dich von einer ganz anderen Seite dich selbst erfahren lassen, dass du dann danach anders auftrittst und dann kommen die Kunden. Oder es ist ein Coaching, was vielleicht mit deinem Thema erst mal gar nichts zu tun hat. Und du stellst dann irgendwie darüber fest, dass du das buchst, weil es dich da komplett hinzieht. Und dann stellst du fest, ach krass, vielleicht ist das Thema, mit dem ich die ganze Zeit rausgegangen bin, ist gar nicht 100 Prozent das, was ich machen möchte. Dafür brenne ich irgendwie gar nicht, weil das Thema war schon irgendwie so eine Kopfgeschichte. Und über diesen Kurs, den du dann buchst, weil dein Bauchgefühl dich dahin geführt hat, merkst du dann so, ach krass, da habe ich voll die Leidenschaft. Und dann erlaubst du dir vielleicht diesen Weg weiter zu beschreiten. Und dann ist das mit den Kunden überhaupt gar kein Thema mehr, weil die dann kommen, weil sie deine Begeisterung spüren. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Dieses Allowing ist irgendwie nicht sozusagen so eine esoterische Geschichte und irgendwie wir setzen uns auf Sofa und sagen irgendwie so, okay, ich gebe mich jetzt mal dem Leben hin und ich gebe mich jetzt mal dem hin, was für mich der richtige Weg ist, sondern das ist total Hands-on. Allowing oder Loslassen heißt einfach, dass du in jedem Moment, wo es um irgendwelche Entscheidungen geht und es können wirklich total Hands-on Business-Entscheidungen sein, es gilt natürlich selbstverständlich auch für Wohnorte, Beziehungen, Jobangebote, das kannst du auf alles übertragen, geht es darum, dass du wieder in deinen Körper kommst, dass du lernst, das zu spüren und das zu fühlen und dir dann zu vertrauen, dass dich dein System schon zu den richtigen Sachen hinführen wird. Und das heißt, es ist ja auch das, was es irgendwie immer, also da bin ich jetzt nicht die Einzige, die das sagt, aber das fühlt sich nicht immer cool an. Weil es kann ja auch sein, dass es dann wie gesagt irgendwie ein Thema ist, wo du so denkst, ja, wieso soll ich das denn jetzt machen? Oder warum soll ich denn jetzt das Coaching buchen? Oder warum soll ich denn jetzt ein Fotoshooting machen, wo ich doch eigentlich was ganz anderes will? Also ich weiß zum Beispiel noch, dass als ich irgendwie dieses erste krasse Fotoshooting hatte und meine damalige Mentorin zu mir gesagt hat, Annika, du brauchst unbedingt dieses Fotoshooting. Und ich habe nur gedacht, so ganz ehrlich, ich brauche alles Mögliche, aber garantiert kein Fotoshooting. Ich habe nämlich Bilder. Ich will einfach nur wissen, wie jetzt das und das und das und das funktioniert und zeige mir irgendwie einen Weg, dass ich dann jetzt irgendwie stabil fünfstellig werde im Monat. Nicht ahnen, dass aber genau dieses Shooting irgendwie sozusagen wie so eine Art Aufwachen hervorgerufen hat, wie so eine Art Befreiung, wie so eine Art einfach was, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Und dann innerhalb von ein paar Wochen danach hatte ich irgendwie meinen ersten, oder nee, es war nicht der erste, aber es war irgendwie einer der ersten mehrfach fünfstelligen Monate, wo ich wirklich völlig, völlig begeistert und von den Socken war. Und nicht so lange danach ging es ja dann irgendwie noch mal, noch mal steiler hoch. Und was will ich damit sagen? Damit will ich jetzt nicht sagen, du musst ein Fotoshooting buchen. Es geht nicht darum, dass du einfach das machst, was die anderen machen. Ich will dir damit sagen, dass du in dir eine Weisheit trägst, die es gilt, mehr wahrzunehmen. Und die es gilt, gewähren zu lassen, dem zu folgen und einfach mal zu gucken, wo dich das hinträgt, in dem Vertrauen, dass dir das den richtigen Weg zeigt. Und deswegen geht es nämlich natürlich auch beim Buchen von Coaches, Mentoren, Coachings, Reisen, Sachen, die dein Business betreffen. Geht es irgendwie darum, dass du dich mehr davon löst, was ist vermeintlich sinnvoll? Was sagt dir der Verstand? Was ist logisch? Wie baue ich jetzt irgendwie ein Newsletter auf, ein Newsletter-Verteiler auf? Wie schalte ich jetzt Werbung? Wie mache ich jetzt das? Wie perfektioniere ich Instagram? Wie lerne ich jetzt den Algorithmus kennen? Ich meine ganz ehrlich, da haben wir doch alle irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Also oder beziehungsweise es gibt Menschen, die da Bock drauf haben, die das können, die kann man dann natürlich buchen. Aber es geht darum, dass wenn du jetzt an einem Punkt stehst, wo du denkst, ich wünsche mir aber Wachstum und Ausdehnung, ich will aber irgendwie andere Ergebnisse, dass du dir erlaubst, die Dinge zu tun, die dich wirklich rufen. Und dem dann einfach mal ein bisschen zu vertrauen und Glauben zu schenken. Und dann aber auch quasi offen zu sein, wenn du dann die Sachen angehst, auch da eben wieder zu fühlen, was sind die Geschenke, die sich dir zeigen? Was sind die Erkenntnisse, die sich dir offenbaren? Also um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben mit, du hast eigentlich ein ganz anderes Thema und dann machst du auf einmal einen Kurs, der mit deinem Thema gar nichts zu tun hat, meinetwegen, du machst irgendwie Business Coaching und dann machst du aber irgendwie einen Kurs zu Krypto und bist völlig geflasht davon und völlig begeistert davon und fuchst dich da ein und erzählst irgendwie jedem davon und hast irgendwie schnell erste Erfolge, dass du dann auch offen bleibst sozusagen zu sehen, ach so, okay, vielleicht ist das dann jetzt der Weg und vielleicht ist nicht der Weg, krampfhaft an dem festzuhalten, womit ich mal angefangen habe, auch wenn das vermeintlich irgendwas ist, was irgendwie gut funktioniert und genauso auch mit irgendwelchen Programmen, die du schon gelauncht hast oder die du gerade machst. Vielleicht bist du aus denen auch schon längst rausgewachsen. Und dann ist dieses Loslassen eben da auch, dass du wirklich das Alte bereit bist, loszulassen, dass du bereit bist, aus dem Weg zu gehen und aus dem Weg gehen heißt eben genau, dass du eben nicht nur den Verstand und die Logik entscheiden lässt, sondern dich einfach ein Stück weit mal auf diese Reise einlässt und auf dieses Geführtwerden einlässt und auf das, was dann daraus alles Magisches entstehen kann. Das ist mein Impuls heute für dich, weil das so, das wird so viel verändern, je mehr du das integrierst und dann wird dir auch irgendwie immer klarer und immer booster, dass dein Weg halt nicht der Weg von A, B und C um dich rum ist, dass dein Weg individuell ist und dass es auch nichts macht, wenn zum Beispiel dein Weg am Anfang gefühlt ein bisschen langsamer ist als der Weg von jemand um dich rum, weil vielleicht nimmst du irgendwie nach einem Kilometer auf einmal die Mega-Abkürzung oder du drehst halt irgendwie noch eine Schleife, um dann irgendwie für dich zu wissen, ach so, okay, das Thema ist es, darum geht es jetzt irgendwie und das ist okay und das ist nicht nur okay, sondern das ist total wichtig und wertvoll. Genau. Und natürlich bleibt mir am Ende jetzt nochmal zu sagen, ganz ehrlich, wenn dich das ruft mit Passion to Profit und Frankreich, und da einfach mitzukommen, dann ist das wirklich gerade auch eine geniale Chance. Die hat es so noch nie so gegeben und ich weiß auch nicht, ob ich das so nochmal mache. Also es sind wirklich ja drei Monate Mentoring durch mich persönlich. Das gibt es normalerweise, diese One-on-One-Sachen gibt es gerade nur über die Soul Business Mastery und dann dieses geniale Shooting in Frankreich, Hotel ist inkludiert, dann kriegst du ja sogar noch eine Stylistin dazu, die habe ich ja jetzt auch noch da reingepackt, weil ich da einfach so Lust drauf hatte, dass das irgendwie auch noch Teil dieses Erlebnisses wird. Das ist wirklich magische Transformation, die da stattfinden kann und ich kann dir tatsächlich nur raten, wenn dich das irgendwie ruft, wenn das da kribbelt, wenn du das spürst, dann erlaubt dir, diesem Kribbeln nachzugehen. Und du wirst es bereuen, wenn du es nicht so machst oder andersrum. Dein Weg wird sich immer schwer anfühlen, immer nach harter Arbeit, immer nach Kämpfen, immer nach Struggeln, wenn du dir verbietest, diesen Impulsen zu folgen. Und wenn da eben dieser Impuls ist, dann kann ich nur sagen, husch, husch, schnell, weil ich nämlich, heute ist Donnerstag, wenn die Folge rausgeht, Montag, Dienstag, nächste Woche werde ich die Hotelkontingente, die ich da noch zusätzlich gebucht hatte, werde ich dann wieder freigeben und dann ist das Offer damit weg. Also, wenn das was ist, was du machen willst, wenn du Bock hast, dein Business wirklich auf ein neues Level zu bringen innerhalb von drei Monaten und dir einfach jemand an die Seite zu nehmen, der dir zeigen kann, wie du stabil sechsstellig wirst, dann go. Ich freue mich auf dich und ich freue mich natürlich auch sehr, dich nächste Woche wieder im Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.